Die Pure Clean Technologie der Firma Bauchlecht besteht aus drei wichtigen Komponenten. Die erste ist die Pure Clean Emalgie, zweitens das nano-beschichtete Glas der Firma Schott und drittens die Reinigungsfunktion Pure Clean. Wie die Pure Clean Technologie funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Ich habe Ihnen hier drei klassische Beispiele aus dem Haushalt mal vorbereitet und zwar einmal den Käse, einmal den Ketchup, einmal die Marmelade. Das Ganze habe ich sowohl auf der Emalgie Pure Clean aufgegeben und einmal auf der nano-versiegelten Glasscheibe der Firma Schott und das Ganze lasse ich jetzt einbrennen bei 200 Grad für 45 Minuten und anschließend demonstriere ich Ihnen, wie wirkensvoll die Pure Clean Technologie arbeitet. Wie die Wirkung die Pure Clean Technologie sich ausübe bei der Reinigung, das zeige ich Ihnen jetzt. Nachdem das Ganze eingebrannt ist, wie wir eben schon gesagt hatten, kommt jetzt die eigentliche Pure Clean Reinigungsfunktion. Sie funktioniert folgendermaßen. Der mitgelieferte Schwamm befeuchten, den nehmen Sie und legen Ihnen auf die Unterfläche des Backofens, geben ca. 350 Milliliter Wasser drüber, schön verteilen, wählen die Funktion Pure Clean. Das ist die Reinigungsfunktion innerhalb des Programms. Bestätigen mit OK und starten das Programm. Jetzt arbeitet die Pure Clean 35 Minuten für Sie. Ganz schonend und ganz nachhaltig, denn es kommen keine chemischen Reinigungsmittel zum Einsatz. Und der Ofen erhitzt sich nur auf 90 Grad. Während die Pure Clean hier läuft, habe ich in einem herkömmlichen Backofen, ohne die Pure Clean Technologie, die gleiche Prozedur angewandt. Mit Käse, Ketchup und Marmelade. Und wie dies ausschaut, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich reinige hier mit einem herkömmlichen Schwamm. Und Sie sehen, dass es ein enormer Aufwand ist, den Backofen zu reinigen. Wie das Ganze mit der neuen Pure Clean Technologie funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Sie entnehmen das mitgelieferte Schwammtuch, waschen es mit kaltem Wasser aus, damit Sie es für die nächste Reinigung der Pure Clean wieder verwenden können. Nehmen einen handelsüblichen Schwamm und wischen jetzt den Boden des Backofens aus. Und Sie sehen, es löst sich. Das Gleiche mit der Scheibe. Und hier sehen Sie den Vorteil und Nutzen der Nanotechnologie. Nichts bleibt haften. Das war die Pure Clean Technologie. Und wenn Sie mehr erfahren möchten, schauen Sie doch bitte unter www.bauknecht.de.